Also ich habe so unterschieden, die Ideen dahinter zu erkennen und auch das künstlerische Talent und ja, es war halt ein bisschen schwierig, das zu bewerten, aber ich bin froh, dass ich auch ein paar meiner Favoriten hier wieder erkannt habe. Das ist doch perfekt. Ja, super. Dann danke für eure Arbeit.